Und herzlich willkommen zurück bei Titanfall! Wir spielen hier... ...Materialschlacht. Show wieder? Ah ne, Pilot. Pilot vs. Pilot. Okay, sehr gut. Ja, das wird dann erstmal die letzte Folge von der ersten Staffel. Ob wir und wann wir noch mal Titanfall spielen, kann ich euch noch nicht sagen. Also wenn wir jetzt noch mal irgendwie Lust drauf bekommen auf Titanfall, dann denke ich mal, dass wir definitiv noch was aufnehmen werden, aber das würde eine Staffel 2 sein. Äh, oder ja, ne? Ja. Also halt ist jetzt die letzte Folge, der Ende der ersten Staffel und Mails drückt gerade nicht zu sagen dazu. Äh, falls ihr Fragen habt oder ihr euch das noch mal wünschen solltet. Wünscht euch das nicht. Jetzt würde ich es mir erst recht wünschen. Äh, haut es uns in die Kommentare und wenn die noch Stimmen da sind, dass wir das noch mal machen sollen, dann werden wir das auch tun. So, denke ich mal. Man kann dann drüber nachdenken auf jeden Fall. Aber wenn ihr euch das wünscht, dann haut es einfach unten in die Kommentare. So, jetzt muss ich mich aber jetzt mal wieder konzentrieren hier. Ähm, hoppsi. Oh man ey, bin grad so schlecht. Ich muss jetzt meine Knarre wechseln bei Pilotversus Pilot, glaube ich. Ich baue irgendwas schneller. Drrrrrr. Sehr gut. Was war das denn, bitte? So. Respawn. Na, jetzt ist schon oben, nur Schnecke. Wartet ihr an mir? Nee. Ich hab hier noch ein Ich. Also, hatte gerade mein zweites Ich gemacht, weißt du? Ein Hologam. So. Ah ja, dann haben wir gerade den Arsch gerettet. Und mit denen hat er gerade geredet, weil der hat nicht gerannt. Aber der ist nicht, der hat nicht gerannt. Deutsch lässt grüßen. Das ist jetzt hier unsere Seite, oder ist das die in ihrer Seite? Das ist aber schön hier. Oh nein! Nein! Auf jeden Fall ein lässiges Bett hier. Oh, das ist mein Schlafzimmer. Oh, mir hakt das. Und was stattdessen als Titanfall kommt, das kann ich euch noch nicht sagen. Da lassen wir uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Wird aber wahrscheinlich dann, denke ich mal, oh ja, irgendein Multiplayer-Spiel, oder? Ich hab gedacht, der Deppic Bennett. Ja, vielleicht. Jedenfalls werdet ihr da sehen, nächsten Tag dann quasi. Also, morgen werdet ihr das sehen. Was stattdessen rauskommt. Oder vielleicht kommt auch schon Staffel 2 raus. Nee. Po, zieh mich nicht. Nein! War ja kein Geschirr. Was habe ich gemacht? Mal drüben, hüpft ihr. Ja. Oh! Hab's nicht hochgeschafft. Ist ja auch nie um. Oh doch. Alter, mich genommen und ich nicht gebrochen. Alter. Hey, yo! Weißt du, ich wollte gerade drach sagen und du hast dein Farb. Du zwingst mir dieses Spiel zu spielen. Ja, genau. Ich hab dich ganz lieb und höflich gefragt. Ey, hast du Lust mit mir, äh, Titanfall aufzunehmen? Meine Laune geht immer im Keller. Wenn wir das Spiel spielen. Dafür kann ich ja nichts. Und ich hab mich nicht. So, hopp, rüber hier. Und hopp, rüber hier. Und hopp, rüber hier. Ist hier schwer und immer mein Schlafzimmer gewesen. Lassen wir uns nicht geweihen. Wir liegen in Führung. Schreibt euch an. Oh, da oben jetzt ist er runtergekommen. Ja, das läuft sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich weiß, da oben war einer drauf. Ist immer noch einer drauf. Ja, ich warte, bis er sich zeigt. Ah! Happen. Na toll, könntest du den nicht früher machen? Da rächt ich dich, das ist auch nicht recht. Da drüben stehen welche. Oh nein! Ich hab dich schon wieder angeschossen. Ich muss mal heilen. Ja, ich bin auch gerade fast tot. Ich hab ja meine Sündheit schrotze. So, ein Gegner. Ah, nee, da hat er den Namen. Das ist mir in Ruhe. Ah, links war einer. Oh, man. Oh, man. Das wird er sich merken. Ich hab endlich schon erst mal jemanden verprügelt. Und dafür auch gleich gestorben hier. Ach, ich hab ihn nicht verprüfung. Ich hab ihn verprüfung. Oh, man. Oh. 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 Was sind denn hier, Leute? Wiss ich nicht. Da rechts habe ich gerade ihn gesehen. Oh, 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 wow. Danke. Profi halt, ne? Wenn man eh mal mit dem Profi zusammenspielt, dann läuft er durch. So, jetzt starten. Okay, dann zieht ihr das. Oh, hinter das Haus. Oh nein. Haltet sie auf. Oh, toll, voll vorbeigeschmissen. Was ist deine Zweitwaffe? Äh, Pistole. Das musst du unbedingt ändern. Also jetzt. Das ist eine gute Pistole. Guck dir das an. Mecker mich bitte nicht voll, ja? Ich habe ja nur gesagt, dass du sie erinnern musst. Mach ich, Chef. Mach ich doch. Nächste Regen. Versteht er nicht. Versteht er nicht. Das versteht er nicht. Kann ich endlich... Oh Gott sei Dank. Kann ich endlich eine andere Vision auf diese Knarre machen. So, ich mach mal hier Titan Abwehr. Und dann mach ich mal was cooles hier. Guck mal. Das ist geil. So, bist du zufrieden? Ich habe geändert. Ja. Cool. Ein Match wird gesucht. Ja, ein Match wird gesucht. Ein Match wird gesucht. Ein Match wird gesucht. Ja. Okay. Du bist so bei Apex? Du 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 du. Wie? Apex. Was? Wie Apex? Hä? Na mit der Gruppe. Kannst du da auswählen. Echt? Das erzählt mir am Ende so einer Staffel, wirst du? Ich hab gedacht, das willst du. Oh, Capture the Flag. Deswegen siehst du nur den. Vorher aus dem Flugzeug springst. Du kannst ja auswählen. Danke. Was? Genau. Ist klar. Frag mich doch. Ich wisse. Wo denn? Wo denn? Oh sehr. Also es läuft, die Runde läuft ja auch nicht. Bis jetzt. Wow. Oh es kommt noch. Wo ist er? Nein. Ja. 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 du hast du dich rauf auf auf ach so ich ja lauf oh ha gehen wir so da bestimmt gleich wieder wo ist sie kartenheck ist bereit kartenheck eingesetzt das komische gefühl dass unsere flagge weg ist aber die hatten sie ja schon zweimal was ja wie ihr seht ist mein alien ja also bad haben ordentlich trainiert in den ersten folgen hier ich bin hinter dir habe ich sie oder was ne ich bin hinter dir jetzt habe ich sie ist das steht in unsere flagge zurück bringen da müsste man zu mir kommen aus sicherheitsgründen falls ich umfalle bist du denn an unserer base nein 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 leute wo wart ihr denn die flagge nicht hatte ja was bringt wenn ich mir jetzt irgendeine mannschaft aussuche ratete vor oder nachteile für mich keine ahnung genau ist klar hast du gut gemacht hast du gut gemacht sicher doch genauso willkete die flagge tot hinter mir achtung gleich wieder bei der flagge oder ist der tote könnte auch tot sein doch den ich meinte der ist tot das gibt es nicht ist klar ich treffe überhaupt gar nichts mehr profi sehr gut dann sollte man vielleicht mal beschützen was da kam noch einer ich muss erst mal der hat dann ihr schützt hingestellt von uns in der gegner er hat ihn dann so nah hingeschmissen achtung hinter mir achtung der ist jetzt direkt an der flagge gleich da kommt auch unter holen dir ausschalten seine kacke anate ausschalten es ist eine gute knarre auf distanzfeuern hier natürlich haben sie abgegeben ich bin jetzt noch mal drüben ich versuchte jetzt risiko ich hatte sie aber genau da kam gerade inner und hat mich denn ich bin jetzt gerade über das wasser geslidet ja so gerutscht jetzt hat er einen nasse schlipper Schlimmer Ja, ich treffe nichts, Alter Nichts, gar nichts Nichts, nichts Bitte bewahren Sie Ruhe Das gibt es doch nicht Ich habe nicht gewusst, dass da einer kommt Oh nein Oh, von den Gegnern steht da ein Geschütz drin Bei unserer Flagge Ich habe den nicht gesehen, weil ich habe nur einen roten Punkt gesehen Und ich wusste nicht, ob das der ist Ich hole das Ding da jetzt weg Das ist weg Oh, die hat nicht Achtung Flagge, Flagge, Flagge Ich kann nichts machen Die Flagge, die haut einfach ab Nein Es gibt es nicht Warum treffe ich denn eigentlich nichts mehr jetzt Ich bin jetzt auf dem Weg zum vereinbarten Ort Oh mein Gott Ja Schön Super Kasse Leute, also wie gesagt, das ist jetzt das Ende der ersten Staffel Ob davon eine zweite kommen wird, weiß ich nicht Und wenn eine kommt, kann ich euch nicht sagen, wann Wenn ihr euch das unbedingt wünscht, dann haut es einfach unten in die Kommentare Und wir denken darüber nach Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann unterstützt die Entwickler und holt euch das Spiel Wenn ihr halt auch spielen wollt und wenn es euch gefällt Also ja, eigentlich macht es an sich Spaß Das Spiel finde ich eigentlich ganz cool Ist aber ziemlich schwierig Also wenn man wirklich Muss man, ja, Ego-Shooter Entweder muss man sich drin spielen Oder man hat es einfach drauf Und Ich habe mich ein bisschen drin gespielt und habe es leider nicht drauf Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zugucken Und wir sehen uns im nächsten Let's Play In irgendeinem anderen Let's Play Also bis dahin Haut rein, macht euch einen schönen Tag Und Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis dann